Vor allem zum Thema Impfschutz wollen wir mal hören, was Karl Lauterbach da gesagt hat. Das war am 2. April 2021. Wir schauen uns das mal an. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält für die meisten gegen schwere Krankheit. Die Impfung hält für die meisten gegen schwere Krankheit für ein Jahr, vielleicht länger. Das hat er gesagt. Jetzt, ein halbes Jahr, nachdem die meisten zweifach geimpft sind, ist es so, dass wir fast alle eine Booster-Impfung benötigen, weil die Impfdurchbrüche einfach jetzt da sind. Ganz genau. Wir wollen ja hier über die gebrochenen Impfversprechen einmal sprechen. Und das ist ein ganz zentrales Impfversprechen, das gegeben wurde. Der Impfschutz hält für die meisten zwölf Monate lang. Jetzt sieht man, die STIKO hat schon die Booster-Impfung nach sechs Monaten für über 70-Jährige empfohlen. Bald soll die Booster-Impfung nach sechs Monaten für alle kommen. Und ich glaube, da muss man einmal sagen, klar, das konnte man jetzt nicht alles vorhersagen. Aber das zeigt, dass Deutschland sich extrem verlassen hat auf den Impfstoff. Als der Impfstoff da war, als die Zulassung da war, hat man gesagt, naja, wir brauchen ja gar keine langfristige Strategie. Wir impfen einfach und dann ist die Pandemie einfach weg. Und jetzt sieht man, so einfach ist das gar nicht und wir stehen ziemlich unvorbereitet da. Absolut. Genau, der zweite Punkt Impfversprechen haben wir hier vom 5. März 2021, Kanzleramtschef Helge Braun. Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren. Ganz genau, das Impfangebot für alle steht seit dem September. Und wir wissen jetzt gerade, von Normalität ist überhaupt keine Rede. Und das Interessante ist ja, dass wirklich dieses vollmundige Versprechen gegeben wurde, sobald überhaupt jeder die Möglichkeit hatte, nicht wenn jeder geimpft ist, wenn jeder die Möglichkeit hatte, dann war es das. Dann war es das mit der Pandemie, mit der Pandemie-Regelung vor allem, mit den Pandemie-Gesetzen. Dann geht es zurück in die Normalität. Das Versprechen wurde schon längst kassiert, weil man offenbar gemerkt hat, so funktioniert es nicht. Und auch das zeigt wieder, man hatte einfach keinen anderen Plan als den Impfstoff. In Deutschland liegt die Impfquote bei 67,5 Prozent, also über zwei Drittel. Nächstes Versprechen kommt vom Robert-Koch-Institut. 23. November 2020, Gesundheitsminister Jens Spahn. Auf die Frage, fallen alle Beschränkungen, wenn zwei Drittel der Bevölkerung geimpft sind, im Prinzip ja. Versprechen gebrochen. Tja, das war unser Herr Gesundheitsminister. Auch er hat das Versprechen gegeben, wenn zwei Drittel der Bevölkerung gegeben sind, dann haben wir eine Art Herdenimmunität erreicht, dann ist das Virus ausgebremst, dann braucht es keine Regelung mehr, dann können wir zur Normalität zurückkehren. Auch das Versprechen ist jetzt spätestens widerlegt. Du hast es gesagt, wir sind bei über 67 Prozent, also mehr als zwei Drittel der Deutschen geimpft und stehen jetzt vor dem angeblich härtesten Corona-Winter aller Zeiten. Also irgendwas stimmt da nicht. Und auch das zeigt wieder, man hat sich auf etwas verlassen, was so nicht gekommen ist. Man war viel zu optimistisch, man war viel zu euphorisch. Und klar, dann hat sich Jens Spahn gedacht, wenn der Impfstoff da ist, wozu brauche ich dann, wozu muss ich mich dann überhaupt noch vorbereiten, wozu müssen wir die Kliniken überhaupt noch vorbereiten, wenn der Impfstoff uns doch hilft. Jetzt sieht man, diese Strategie ist einfach nicht aufgegangen. Schauen wir auf das nächste Versprechen zur Rolle der Geimpften. Versprechen gebrochen. Tja, auch das war eine ganz wichtige Erkenntnis, die man hatte, dass man das Virus nicht mehr weitergeben kann, wenn man doppelt geimpft ist. Man hat gesagt, alles deutet darauf hin, das ist ein tolles Zeichen. So könnte man eine sogenannte sterile Immunität erreichen. Also wenn ich geimpft bin, bin ich weder gefährdet noch eine Gefahr für andere. Jetzt merkt man, das ist leider totaler Quatsch. Also dieser Impfschutz gegen eine Ansteckung, damit auch gegen eine Infektiosität, der verschwindet nach einigen wenigen Monaten und jetzt sind auch Geimpfte ansteckend. Deswegen greifen auch diese G-Regeln nicht so sehr, wie man wollte. Auch darauf hat man sich verlassen. Das ist futsch. Letztes Versprechen an dieser Stelle. Es geht um die Impfpflicht. 30. Dezember 2020, CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Für uns als Unionsfraktion ist und bleibt klar, dass es keine Impfpflicht geben wird. Auch keine Impfpflicht durch die Hintertür. Jeder kann und muss sich frei entscheiden können, ob er sich impfen lässt oder nicht. Eine Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Nicht-Geimpfte wollen wir nicht. Versprechen gebrochen. Also wenn man das hört und das liest, dann denkt man ja wirklich, man lebt jetzt in einer anderen Welt. Also da wurde ja wirklich jedes Wort kassiert, das man damals aufgeschrieben hat. Die 1. Fraktionsvize-Vorsitzende, Katja Leikert, fordert nun eine Impfpflicht für alle sogar. Und dass man die Gesellschaft nicht spalten will in Ungeimpfte und Geimpfte, gut. Also das ist wirklich, das liest sich fast schon zynisch, wenn man das jetzt heute sieht. Der Impfdruck ist extrem hoch auf die Menschen. Man teilt die Gesellschaft selbstverständlich in Geimpfte und Ungeimpfte durch 2G-Regeln und auch durch den Lockdown für Ungeimpfte, von dem Markus Söder, Robert Habeck und viele andere jetzt sprechen. Also nichts davon hielt der Realität stand. Und auch das zeigt wieder, man hat sich auf irgendwas verlassen, auf irgendwas gehofft, was nicht ansatzweise angetreten ist. Und jetzt steht man komplett planlos da. Markus Söder heute im großen Bild-Interview hat nochmal bekräftigt 2G in Bayern ja durchgesetzt. Absolut, 2G wird jetzt einfach hingenommen wie das Selbstverständlichste. Und man kann da ja aus medizinischer Sicht wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Da sind die Virologen auch noch in der Debatte. Wie sicher ist das medizinisch, wenn Ungeimpfte nirgendwo mehr rein dürfen? Hilft das, wenn sie nicht weniger ins Restaurant gehen? Oder ist es vielleicht gefährlicher, weil sie dann in der Wohnung bleiben und sich gegenseitig anstecken? Aber Fakt ist doch, dass es eine unglaublich harte Maßnahme ist. Also ich hätte mir vor einem Jahr, vor zwei Jahren nicht erträumen können, dass wir einfach sagen, 30% der deutschen Bevölkerung dürfen nicht mehr in Restaurants gehen, weil sie eine Impfung nicht haben. Für mich war das unvorstellbar. Das ist eine unglaublich autoritäre Maßnahme. Man kann zwar dafür sein, aus medizinischer Sicht, aber für eine liberale Demokratie, wirklich, da bleibt einem immer noch der Atem weg. Ja, eine harte Maßnahme, die sich aber 60% der Deutschen wünscht. Wollte ich gerade nochmal drauf hinaus, ganz kurz, Philipp. Über 60% der Deutschen sagen, ja, strengere Regeln. Wir haben es gesehen, in allen Bereichen strengere Regeln. Wir alle sind auch doppelt geimpft und werden uns auch boostern lassen. Warum verteidigst du so sehr, sagen wir mal, die Strategie der Ungeimpften? Also ich halte es für eine freiwillige Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen. Aber vor allem verwehre ich mich gegen die Behauptung vieler Politiker, unter anderem Markus Söder, der von einer Pandemie der Ungeimpften spricht. Pandemie der Ungeimpften heißt ja, dass vor allem die Ungeimpften gefährdet sind. Und das ist nicht der Fall. Schauen wir doch mal, wer ungeimpft ist in diesem Land. Die größte ungeimpfte Gruppe sind ja die Kinder. Die sind aber nicht gefährdet. Sie landen nicht im Krankenhäusern. Die erkranken im wirklich äußersten seltenen Fall schwer. Und deswegen die Pandemie auf die Kinder zu schieben, das halte ich für falsch. Die Pandemie betrifft vor allem Vorerkrankte, Ältere. Und man weiß auch, in welchen Bevölkerungsgruppen. Nicht bei den Wohlhabenden, nicht in den Villenvierteln dieses Landes. Sondern dort, wo die Menschen weniger Geld haben. Wo es viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Wo die Menschen auf engem Raum leben. Und einfach den Strich zu ziehen, Geimpfte versus Ungeimpfte, das macht es viel zu simpel. Und das macht es leider falsch. Wir wissen seit anderthalb Jahren, wer gefährdet ist. Und diese Menschen müssen wir schützen. Deswegen helfen auch diese flächendeckenden Maßnahmen nicht. Nein, das macht es nicht. Nein, das macht es nicht.